wir sind also wir sind auch an der Polizeistation wird ja aber nachdem ja ich glaube wir sind da schon durch oder so was in Richtung ne ja waren die schon ist ja auch alles leer können sie einfach rumlaufen und dann manchmal verstehe ich hab nicht guck da ist ein Auto was machst du hier für ein Lärm alter ich wusste immer unbedingt hier waren wir denn jetzt hier schon drinnen ja da waren wir drinnen ok weil das Spiel abgestürzt ist ich hoffe dass das nicht mehr so schnell wieder passiert naja zweimal ineinander abstürzt sind natürlich echt letzten ne ähm ich muss gleich in der Base bleiben wenn du nachher gleich noch die Gegenwart schon möchtest ich mein dein die Reparatur wir müssen die auch reparieren können ja ich weiß mit Stahl mit Stahl ne du hast doch Stahl zuhause gemacht oder ne ja ja natürlich ne ich hab bis jetzt nur Stahlpfeile gemacht ich wusste nicht wofür ich wir müssen ja wir müssen nachher noch Stahlpfeile machen wir müssen nachher noch ein Stück Stahl heilen im und ich kann nicht ich kann nicht wir müssen nachher wir sind das ich bin mitnehmen jetzt hab ich mal die Katze da werden mich halt die Teile da soll ich die nicht jetzt die sport alles hier ich finde ich will nicht hallo jetzt die sport hier alles hallo ich hab mir gerade platz wir könnten mich mal ich gehe jetzt nach hause jetzt wirklich zu besten dann gucke ich mal was ich mache mit dem scheiß schlüssel kriegst du nicht mal gebacken ich komme ich jetzt mit wie gibt man mir nicht an stopfen ja ich komme mit was geht ja schon gut los mit fließen weil der wäsche ich erst mal kurz wenn wir gerade überhaupt in die richtige richtung es fließt total ja wenn es ausgeht dann lassen wir es bleiben und dann schmeißt das spiel weg weil das dagegen kannst du jetzt gar nichts mehr machen wir machen das ja schon an und aus aber das ist da kannst du gar nicht mehr machen es ist wahr ne sobald wir jetzt zu starten fettchen krankenwagen längst es ist irre es ist schon fast gruselig hier guck mal tut du die video stream wieder ja da müssen wir mal vorbeifahren vielleicht hört man uns ja ich würde zu Hause mal gucken ob es mit Stahl zu reparieren geht ja das ist möglich da könntest du dich bewahrheiten wo die Autos haben auch schon abgeknastelt da brauchst du ja Rosswell Don't go warum sollen wir nicht nach Rosswell gehen zu gruselig dort ich und ich bin aber es war so auf teil hatten für den sie alle mitgenommen ich habe hier zwei mechanische teile erst mal schon das ist ja schon mal was wenn man überlegt dass wir 30 brauchen insgesamt mehr warum mehr 30 pro ja kommen die mal durch die nächste die andere tür durch ja vielleicht sollte man erst mal so provisorisch was vorbauen oder so eine tür doppel schwingtür und scheiße ich weiß habe ich ein glück der bewerte ich kann mal glück hat gar nicht fassen weiß ich gerade nicht das habe ich total vergessen wie kann ich dir ein reparieren toll du hast ein mechanisches gerät wie autos klimaanlagen und so weiter ein auseinandernehmen kann es auch dazu wird es werden mauern zu reparieren und aufzuwerten aber ich bin eh gerade voll folgedessen wird es gerade für mich überhaupt gar nicht so lohnen ich wundere dass ich jetzt ein auto gefunden habe dass wir noch gar nicht behandelt haben hier waren wir noch nicht in dem haus herein geklopft herein geklopft herein spaziert herein spaziert ist nichts das jeder ding da auf dem bauten aber du meinst ne haus können wir schon morgen nach unsere karantäne gucken gleich mal gesagt nach unserem ergebnis ja da super das versteckt sich dahinter Haha, ein Rucksack ist hier. Ja, aber eigentlich. Oh, super! Ja, toll! Ich bin voll. Dann geh ich wieder. Oh, Alter, ich muss mal noch da irgendwo hochkommen. Wat? Wo? Aufs Dach. Naja, aber du siehst ja, die haben ja jetzt wahrscheinlich, wenn du dir die Mühe machst. Nee, da guck mal, die haben noch gar keinen Dachboden da. Die haben einen hohen Dach, guck. Ach so. Egal, du Quatschkopf, ey. Au! Ja, ich hab keinen Platz für den Hidrat gerade. Hast du Platz für den Hidrat? Ja, kann ich machen. Oh, warte mal, erst muss ich hier. Hier treiben sich Zombies herum. Fi-fa-fum! Da oben treibt sich einer rum! Die schießt sie in einen Pfeil in den Arsch. Das macht Spaß! Fand er wohl nicht so. Die tanzlein. Nee, das ist so ein Marschierer hier. So ein Walker. Walker-Zombie-Walker. Nee, Walker-Zombie-Walker. Nee, Walker-Zombie-Ranger. Du musst ja echt aufpassen, wenn die dir eine Schelle geben. Die sind irgendwie besonders stark hier. Nee, nervig finde ich die, die oft auf dem Boden rumkriechen. Ja, aber ich finde die, gerade diese, diese, die so marschieren gehen, weißt du? Ich finde die sind besonders stark irgendwie. Wenn die dir eine Schelle verpassen, das knallt richtig. Sag mal, wenn ich dann noch mal ein bisschen an Tour gehe, ne? Wer könnte vorgucken, ob man das reparieren kann? Ja, was willst du sagen? Ähm, ob die mir dann gleich ein Mini-Bissum von der Schroflück-Munition... Oh, du bist so dreist! Du schmeißt deine eigene Schroflück-Munition weg und würdest mich denn noch plündern? Ich will dich nicht plündern, das hab ich ganz lieb gefragt, aber du musstest mir nicht gehen. Werf dich den Zombies zum Fraß, ja? Ja, muss ich ja wohl. Die waren doch schon mal drinnen, ne? Ja. Wo ist das denn hier? Ich glaube, ja. Oder gibt's mehrere Flugstationen? Ich will das mal testen. Lass uns testen. Ey, der ist ja hochgejumpt! What? Der ist doch hochgejumpt! Ey, der muss doch irgendwo noch kommen, wir waren doch nicht mal drinnen. Ja, 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 doch. Das wird so fest. Mit Penis geschossen. Weck das so nicht mehr. Oh, oh. Oh, ja. Ants? Oh, ja. Das steht noch! Ja, manche, die sind auch... Kacke, diese Raver-Dinger hier. Oh, guck mal hier, Schrott-Munition und normale Munition und Stallpfeile. Möchte ich haben! Der hat zuerst einen Baum anstatt die Leichen sich so anzugucken. Kommt irgendwo noch einer. Aber waren wir hier schon mal? Hat es neu gespawnt? Ja, nein. Ja, sind doch einige Dinge spawnen neu. Aber du siehst ja, die ganzen Türen, alles sind ja schon offen. Und hier haben wir die Konsolen doch alle abgehackt. Da ist Munition für dich drinnen. Richtig, dann lass mich mal ran an den. Wir hatten doch die ganzen Konsolen und so was schon alle abgehackt hier bei denen. Ja. Woyage oder? Ich glaube, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Oh, ja. Oh Gott. Du armerbombi. Oh. Boah. So armerbombi. Oh. Ja, morgen war uns zumindest das... Oh. 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 Oh, das hat sich bestimmt vor euch sehr eklig angeht. Ich mache Tränen in den Augen. Oh, was ist denn? Oh, so krank. Aber das ist gut, wenn sie das alles rauslöst. Da war ich sicherlich gelöst. Ich habe bestimmt Corona-Alter. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe so Knochen trocken und husten, ne? Oh, morgen sehe ich das ja. Oh, ja? Oh, okay. Oh. Oh. Der habe ich noch platz und dann können wir testen ich glaube damit die vermutlich war es ist das nicht weil eisen ist ja nicht aber tut es haben ausprobiert ja aber bei der pc-vision von seven day to day kannst du dir auch ein fahrrad bauen reich das ist witzig nur geil vorliegen Guck, vorgegen gehauen. Vorgegen gehauen? Was machst du das? Na, eigentlich wollte ich, dass es hier zusammenstürzt und sie rennt auch da durch. Weil ich bleibe ja jetzt eh zu Hause. Ja. Ja. Da ist mein Egel. Das kommt noch dazu, das ist schön. Und mechanische Teile. Da hab ich jetzt zwölf. Okay, ich hab, warte mal, ich guck gleich noch mal, ich hab sieben. Aber das reicht trotz all dem ja nicht. Wie viele Schraubfedern hast du? 25. Warte mal, komm mal her, da brauchen wir noch 20. Das ist gut, aber ich hab ja auch noch welche. Ich schmeiß die mal. Da, wenn wir mal Schrauben fehlen. Hast du noch etwas Stoff? Nee, das hab ich immer entsorgt. Stoff. Das ist Leder hier. Da muss ich jetzt mal dran denken, weil ich das brauch, um, um uns, ähm, Dings zu machen. Was ist denn ein Dings? Ja. 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 Warte, komm mal her. Moment. Hier, ich hab, komm jetzt. Du willst Munition, du kriegst mich. Ja, ich muss noch etwas reinpacken. Nix, keine warten, kein nix. Du willst was von mir. Komm her, jetzt. Aha. Gut, ich schmeiß ab. Man kann's nicht einfach mal ganz per Moment geduldig sein. Da oben auf der Dings. Nee, ich will was auch was machen. Und du hast drum gebettelt, dass du vor mir Munition haben kannst. Die liegen auf der Kiste. Ja, obendrauf auf der Kiste, Usti. Das rote. Nee, was? Hast du mich Affe genannt? Danke gesagt. Ja, ja. Passt mal bloß auf. Du häng' nicht an meinen Haken, oder Fräulein? Ja, pass mal auf. Das ist ja nicht, was ich aufhänge. Hm. Aber von unten. Da zeig' dich nur auf, da, die Spitzen. Nee, warte, mach' ich mal kein anderes. Hahaha. Das tut da richtig. Mir kann man am Start, he? Ja. Gut. Die Spitzen hast du aufgeteilt? Nee. Nee. Jetzt sind sie aufgeteilt. So, jetzt mach' ich mal Stahlbahnen. Achso, dann kann ich die da noch reinpacken. Ja, mach' mal so 50 Stück erstmal, so können wir das mal testen. So, dann kann ich mehr als 41 machen, aber... Sollte ja gehen. So, ich werd' mir das... Dings, das Holz pack' ich noch mal mit zu. Hast du noch genug Wasser, dann muss ich jetzt grad kochen? Ich hab' 15 mal Wasser da. Okay, dann kann ich das später machen. So, ich geh' jetzt Baumhacken. Achso, ich wollte noch mal ganz kurz gucken, wie viele Teile wir jetzt brauchen für die... Für die, ähm... Der hat pack' noch ganz viel Eisen rein. Das mit Zement, das check' ich noch nicht. Wieso kann ich hier kein Zement herstellen, alter? Betonmischung, Asphalt, ist doch schön. Versteh' ich nicht. Betonmischung, ja, Zement, nein. Wie, ist es echt so? Beton war ja aus dem Eimer, naja, genau. Hab' ich auch gelernt. Steht drauf. Beton. Aber Zement nicht. Wieso kann ich kein Zement herstellen? Das wollte ich gegoogelt haben. Mach' ich gleich, wofür kannst du... Das geht auch so. Käpt'nsägen belad. Da. Versteckte Zugbrücke. Also, wir brauchen 20 mal Schraubenfedern. Haben wir. Und 30 mal mechanische Teile. Ja, dafür noch ein paar. Ich geh' gleich noch mal mich auf'n Weg machen. Ja. Wir haben mal die 20 Stahlbahnen mit. Ich will das mal kurz checken, hier. Da werden aber noch weitere produziert drin, also. Ja, ich muss das ja auch gleich reparieren, wenn ich unterwegs sein will. Ja, guck. Ja, gut. Geh' durch die Stahlbahn. Alles klar. Ja, kannst du darauf warten und dann kannst du dir welche raushauen. Oder warte, soll ich dir jetzt schon mal Stahlbahn... Oh, der hat aber wirklich komplette 20... Nee, 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 braucht er gar nicht so viel. Hier, ich teile mal auf und dann kannst du den haben. Nee, ja, ja. Hier. Das sollte reichen, um dein Ding zu reparieren. Das ist doch klasse. Ja. Was? Ich hab' das ja gelesen mit Kettensäge. Ja. Wo kann ich gucken, was man da braucht? Wofür man das braucht? Nein, wo kann ich das nochmal angucken? Weiß ich nicht. Kettensägeteiler. Wer kommt wahrscheinlich nur so, ne? Ja. 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 Das ist das. Ja. Es ist ja das. Ja. Ja, wir können auch mechanische Teile herstellen. aber wie stellt man mich an die Teile her aber haben wir zuerst einen Schraubenschuss und ich gehe jetzt noch mal raus 56 35 äh 360 kommt die nächste ne? 3 2 3 2 3 4 4 5 3 5 5 5 5 6 Was ist das? k das hat das hat er gerade Das fällt nicht auseinander. Da schwebt alles in der Luft, wenn ich sowas bauen würde, dann würde es auseinanderbrechen sofort. Wo ist der Airdrop hin, wo ist der Airdrop hin, wo ist der Airdrop hin. B-Drop, Airdrop. Drop'n'Drop. Tom G., der zerstörte. Was? Besteh ich nicht. Ich auch nicht. Lehm? Wie ist das möglich? Da muss ein Fehler vorliegen. Ich auch nicht. 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 Ja. Alles gut? Ja. Ich auch nicht. gut eine war sie doch auf hat ich habe gut noch eine ist die noch zu uns also garage die sicherheiten Prozent 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 hattest du mit Lärmsteil für deine Ja, der Armbruch? Ja. Ja, sieht man. Normalerweise, wenn ein Treffer erlaubt ist, dann streckt sich die auch mit einem Schuss schon nieder. Alter, ich hab nicht angefangen. Ich habe nicht angefangen. Fressen! Oh ja. Ist auch geil, mutig da, mutig neben Schieß und mutig drauf zu laufen. Jetzt machen wir wer den nächsten Blutnacht eigentlich. 63. Oh, auch schon? Ja. Ein Skandal. Bis dann, dass wir irgendwie noch unsere mechanischen Teile zusammenkriegen. Und das ist meine Zugpunkte. Na bis dann, ist es egal. Oh, 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 oh. Einige Zombies machen aber auch Lärm, ne? Ja. Ja. Oh, oh, oh... Mir interessiert das nicht, wenn du ihn anschießt. Das war's. Das war's. Ich hab das Haus. So, wir beginnen mit dem ganzen Mal. Das war's. Das ist irgendwie Reset Day to Die. Bloß eben halt, dass du das aus der Third Person siehst. Das heißt, du siehst dich von hinten wie bei Resident Evil oder sowas. Okay. Und, ähm, ähm, bloß, dass da die Horde nicht jeden siebten Tag kommt oder jeden siebten Nacht, sondern jede Nacht. Oh. Undeaded, nein, ja, irgendwie so heißt das. Ja, aber soll echt gut sein. Du hast natürlich jemand mehr Chance auf Flut und hast nicht gesehen. Denk ich mir mal. Weißt du, willst du nach der Tilde gucken? Ach. Da wärst du wieder freudig. Haben Sie. Aua. Du bist schon echt so ne Marke, weißt du das? Hey, geil. Hey. Okay. Oh, ein besseres Schraubenzieher, Dreher. Schraubenzieher, Dreher? Mann, drittlick an. Komm ich doch nach Transphobie? Ja so, la la la, natürlich nicht. Mist. Ah? Fuck! Ich hab doof, hatte der Zingel gepackt. Oh, ich fick dich, echt. Du hast ihn jetzt verwertet, richtig? Nein, ich hab ihn repariert, aber der ist weg. Ja, lass mich raten, was du gemacht hast. Du hast ihn... Nein, ich hab ihn wirklich da, da. Da ist er doch gemacht worden. Ja, der braucht ne Zeit. Nicht immer gleich fluchen. Äff dich, äff dich doch selbst einfach. Ich wette, wenn du so Matratze aus nahe schraubst, du ne Couch stimmst. Dann kriegst du auch Schraubenfehler raus. Stimmt, das kann man das. Kann ich gleich mal bei der Matratze gucken. Ja, ich wollte Stoff mitnehmen, damit ich uns Reparaturkitz machen kann, weißt du? Oh, Krampf. Wenn du so drauf faustet, dann wird diese dicke Zommler gerade kommen. Ja, ruhig. Echt? Wo hast du das hergekriegt? Ich weiß nicht, Fernseher oder, äh, Kühlschrank oder so? Geil. 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 Ah. auch alle schon wieder meine Fresse auch geht nicht mehr als 16 mehr ja weil Holz fast klar ist und so weiter das ist aber schade ich glaube ich musste vorher mal ja ja neuerdings machen hier ja 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 komm verwerte das er kann ich nicht verwerten kann ich nicht verwerten muss tatsächlich nochmal bäume hacken das ist zum kotzen gerade ja ich musste kurz ich habe gedacht ich komme damit aus aber so sah es nicht aus ich hätte gedacht ich habe noch mehr mann süßer kleiner Pompidär hahaha ja ich muss noch mal hacken gehen eine wand oder mach ich dir aus Glas das ist ja eh egal warte mal dann zerreiß ich das warte wieso brenne ich denn ich kann es mal ausschalten wenn sie lieb ist das Feuer darf ja ach so ich habe mal einen Kaffee vergessen wenn ich nicht so gut aber es ist logische 63 und der bei 70 aber von 10 Huttnächte ich wollte nur eine kleine Angstrengabe wursch ja ich laufe noch bis jetzt ist das einig wie viele mechanische teile hast du jetzt insgesamt gefunden ja ich wollte eigentlich ein bisschen aber die stadt einzelne häuser haben wir dann noch muss noch mal weiter und daher auch denn am nächsten tag noch mal für die blutnacht denn auch immer oder das tausch ich mal aus oder was ist d d Buh! Buch, da ist noch ein paar Leer immer wieder. Wie dem auch sei. Dann halte ich den ja noch mal. Wann? Ich muss noch das schreiben. Kommst du alles auf? Ja gut, aber das bringt was, ne? So findet man die Mechanische... Ne, noch hast du keine elektrischen Teile gefunden. Die sehen manchmal ein bisschen genauso aus wie die mechanische Teile. Ja. Sind aber Elektrischensteile. Sag mal, wenn du noch mal eine Taschklampe befindest, ne? Ich hab eine in meiner Kiste für dich. Ja, wenn ich nachher komme, ich gebe ich dir die. Ich hab wieder rein, ich wollte letztens besatzen, du wolltest, äh. Ja, ja, hier hab ich meine Schrotflitte für dich, ne? Da ist offen, das war schon. Kannst du auch bei dir mal deiner Schrotflätte noch mal anbringen, eine Taschenlampe? Ach so, aber du bist der Bauer bei der Hälfte, du hast. Stimmt. Ja, deshalb macht es mir die Bauarbeiter, hält man an. Ah, ich glaub, du verglaubst dich da. Messikerloot gebrauchen für dich, ähm, mit Patronenhülsen. Das mach ich mal weg. Gott. mit. Das mache ich. Himmel,ментatère. das kann aussehen kann aber das sind ach so aus der arbeit das kranken aus könntest du trotzdem schätzen haben wir noch beiseite nicht alles wird durchflogen auf der suche damals nach essen wir hatten damals sechs essen gehabt so ich muss mal eben auf klo ja ich muss auf klo ich bin vorsichtig habe meine schraubflinte in der hand da lang ist mein airdrop 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 Da ist zu. Oh, Alter. 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 Er braucht endlich einsammeln. Oh, Alter. Oh. Oh, Alter. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh nein, das ist bei mir oder bei dir? Das ist natürlich bei mir. Man hört ja auch die Spieken schon kaputt gehen. Alter, ich hab schnupfen, das ist unglaublich. Naja, ich wünsch's dir eigentlich nicht, aber so sind die immer sehr gut, warum? Die wären so schlecht hier. Was? Das ist immer bei mir, die Uschi kommt immer zu los. Ich hab jetzt schon fünf mechanische Teile gefunden. Ja, ich hab das gesehen gerade im Stream, dass du diesen Zeitpunkt vier gefunden hast. Und wie viel hast du denn insgesamt? Ähm, ich glaub so, weiß ich gar nicht. Irgendwie ist es über 20 auf jeden Fall. Aber ich komm jetzt noch mal nach Hause, aber ich muss mich gleich wieder leer machen. Ja. Und dann müsstest du mich einhören, bis meine Armbrust reparieren. Auch das so. Auch das so. Wie stimmt die außerhalb der Mauer? Vermutlich, ja. Ja, mittlerweile ist es nicht doof, dieses kleine Loch da reinzufinden, ne? Ja. Oh, der ist noch besser als beide. Oh, der ist noch besser als auch. Ah, der ist noch besser als auch. Oh, super freeze. Super, 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 crazy. Ile 복d thanegal. In Ordnung. Kaart verder. Eine Kaart исchlüge. So. um aber die holt keine diese anlock schreie ja und ja ja Mal, dann bringe ich hier mit dem Fest. 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 Das kann ich verwerten. Ich weiß, was mir gerade passiert, ist das Original. Was denn? Oh nein. Der Spor habe ich schon 50 Mal gemacht. Nein. Die hat gleich direkt noch hergerufen. So, ich gucke mal, ob ich mir jetzt vielleicht noch mal schnell den Airdropolo und dann nach Hause komme einmal. Was darf ich sein? Der Weg nicht noch in den Ofen. Oh, ja. Oh, ja. Das wäre cool, wenn ich auch mal was lesen würde über Ambrust. 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 Ja, weil ich dafür jetzt auch nach Hause kommen muss, dass wir die Halle machen. Was? Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, ein Schuss mit. Ich hatte vorhin noch einen Schrei mit hier links laufen sehen. Oh, ich bin gesperrt. Ja. Ich habe auch. Die Frage ist, von wo ich sehe die nicht. Ich sehe die nicht. Ich sehe die nicht. Ich sehe die nicht. Oh. Gute Taschenlampe. Die nehme ich dir mal mit. Oh, warte mal. Was brauchen wir noch von der AK? Ja, wir brauchen noch verschiedene Acker. Nee, den Lauf haben wir schon, ne? Weiß ich nicht. Doch, uns fehlt irgendwie das. Oh! Die haben mir ein Loch durch die Wand geschlagen, die Uschi, Alter. Da Acker sind, Bauch, da Teile. Was ist das? Das kann das sein, dass es das ist. Okay, komm ich jetzt erstmal nach Hause. Ich bin voll, ich habe ein paar schöne Sachen gefunden. Wieso hat die denn da so ein Loch in die Wand reingeknappt? Die Mauer. Ja, wahrscheinlich ist da die ganze Zeit gegenge... Ja, aber die müssten ja noch für erstmal hauen. Und warum sollte... Ja, das kannst du abbauen. Äh, die Frage ist, warum sollte die dagegen hauen, wenn sie gar keinen Grund hat dagegen zu hauen? Ich habe 1400 mal Eisen bei mir. Und wenn ich heisse, das ist, was ich dabei mache. Oh, okay. Ich bin abgerlich. Oh, okay. Ich bin abgerlich. Ich bin abgerlich. Ich bin abgerlich. Ich bin so ein Beispiel. Ich bin abgerlich. Ich bin abgerlich. Und alle sind alle. ich muss unbedingt rausfinden wie man das mit diesem zement macht wir hatten damals auch mal zement gemacht ja einmal nachher in der letzten der dritten staffel hat mit zement gebaut weiß ich doch nicht mehr wenn ich das wüsste ich hab ja damals der bunkermauern und nachher gebaut das malmauern habe ich gesagt punktemauer nachher hergestellt das wollte ich ja mit denen hier auch ganz gerne machen ja 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 wir brauchen auch so vieles ich bräuchte auch echt mal kettensäge ich meine diesen habe ich das ja ja aber wir haben bisher noch nicht gefunden wieder sie noch zum baubohrer weißt du was müssen dafür echt mal in den norden ich meine damals ganz auf dieser kälte gegen gefunden in den baumstämmen drinnen und bei den baufäller das ist doch baufäller wir haben doch da oben auch noch ein baumfäller lager ja das müssen wir das da könnte man sowas sowas finden ja da könnte man jetzt auch gleich hin war ich glaub so was hatten wir damals auch immer dann gefunden ja wir haben noch genug zeit ist erst in der 63 nirgendwo ja nee wir sollten da schon echt uns viel zeit nehmen vorwarten war also sowieso jetzt erst mal sie hauen da so durch die wände durch das ist nicht normal ich brauche das steinwände ja ich muss sowieso erst mal kurz reinkommen und nicht leer machen und dass wir einmal mal eine andere Seite jetzt ich habe für dich monistisch wunderbar warte mal bitte bestehen danke ich auch warte mal da was durchgeklappt ist unglaublich jeweils da 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 Ja, toll. Guck mal, ich hab, ähm, über 1000, dann 1400 mal Eisen bei mir. Ja. Also ich selber hab jetzt 19, äh, die Sanche Teile. Ich hab sieben, ah, das ist, wenigstens könnten wir da schon bald ein, ein Tor bauen, weißt du? Ja. Ja. Aber du wolltest noch ne Taschenlampe haben, ne? Ja. Ach, ist gleich für dich. Was denn? Ja, weil du mal den Fuß weggezogen hast und ich hab den Fuß weggefangen. Ach so, alles gut. Nein, das war jetzt nicht irgendwie... Ach, das kommt da hin. Und dann... Duh, Duh, Duh. Oh, das ist wohl so gut. Ah, da fülle ich Leben in der.. damit wir Eisenspitzen und sowas herstellen können. Ja, ich habe Leben, glaube ich, dabei. Aber hier, warte mal. Du bist sowieso einmal, weil du lieb bist. Ne, viermal, hua, wat? Einmal reparieren. Das kann ich nämlich leider, leider noch nicht. Was sind deine Armbus? Habe ich dir vor die Füße geworfen? Nee. Da. Ach, da. Ja. Achso, ich habe eine Taschenlampe für dich. Ja. Ja. Danke. So. Ich könnte ja auch mal besser pimpen, meine Ellie. Gammelschlein. Nein. Nein. Tach. Stoff. Eisenöl. Ögeland. Ögeland. Stoff. Eisenöl. Ögeland. Ögeland. So. Ja. Hm. Ach, ja. Ach, das wollte ich mal. Dann könnte ich jetzt... Leben sagt, dass du brauchen wir noch mal, ne? Ja, die muss in die Eisenspielerei, also in die Spiele rein. Ja, da hole ich mal ein bisschen. So, das kann so weg. Das kann so weg. Ah. So, das kann so weg. Hier oben bei den, ähm, in dem einen Grill, weißt du? Ja. Da ist noch einmal Fleisch für dich drin und einmal ein Eier und Speck. Okay. So, ich muss mal kurz hier... Was? Pischen. Ja. Ja. Ja, okay. Ja, aber ich weiß, ich bin froh nicht, ich weiß, es ist, es war irgendwo in der Kältegegend da. Weil, und generell Kältegegend, äh, Kältegegend, weil ich war... Die Kältegegend? Weil ich meine, ich glaube, ich bin auch ganz oft bei den Bauern, weil ich weiß man, wie... Ja, gehen wir mal beiseite. Ja. 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 4 4 4 4 4 Und ich schaufel, 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 schaufel den Sausestück und bring euch den Club mit, aus meinen Schaufeltriff. Denn das Schaufeln, 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 das macht mir Spaß. Viel mehr Spaß, als Steine hacken. Scheine hacken, schöpfle, schaufel, 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 schaufel. Bis daddy! Unsteiger Thursday, was b Glenn, versch ollier, schaufel, schaufeln, schaufel, 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 schaufel. Dicht dollar. Dichter, schaufel, schaufel. Einschaffel, schaufel. ich will im club haben wir noch viel schmiede jetzt wäre es noch schön wenn wir wieder rauskommen dabei haben wir noch schon wieder so eine Tagmädchen ich suche sie schon hat sie oben lieben reingepackt jedoch nicht wieder gerade zurück also ich habe das reparaturkitz gemacht das ist sehr schön ich kann das gleiche machen und dann bevor ich losgehe, gebe ich dir mal so ein bisschen Ah! Leergeschossen! Oh nein! Ah! Oh ne, ne? Ach ne, ich merkte, ich merkte da hart Oh, Spinner Das ist ja schon Spinner-Pro Ja Oh, Spinner Sind die drinnen oder draußen? Was? Die sind draußen Uschi? Du weißt mal, wollen die denn drinnen? Oh ne Oh ne Oh ne Oh ne Was hat da vorne Moscow? Ja ja Aber die ist doch glatt Was möchtest du wissen? Die sind eigentlich nicht so, Einzelne Technik ist nicht so stark, das ist so, wie ich das nicht klickern kann, ne? Ja. Öh, die hat sich gedingstet. Äh, ich hab hier Reparaturkürze, dich. Warte. Hier, guck mal, den macht ihr noch ihren letzten Tanz hier. Äh, ja. Warte, gebe ich hier gleich. Hier, warte. Ich wollte mal noch mal schnell hochbringen. Du blinzelt gar nicht, du bist total stark, ist auch ein Samira. Hast du eingesammelt? Jo. Baumfaller kriegen, gucken, checken? Ja, habe noch ein bisschen Zeit dazu, aber ich will einmal kurz, äh, oder sowas, die Reparaturkits mitnehmen. Bin ich doll feuer, aber ich hab auch... Ja, Reparaturkits. Warte mal, lass noch einmal hoch, du hattest ja Leben dabei, ne? Was? Du hattest doch Leben dabei, ne? Du, die war aber relativ in der Gegend... Ach, Leben. ... bei den, bei den Minen. Ja, 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 meine ich auch. Aber nicht schlimm. Wir müssen ja nicht ins Minenfeld, wir können ins Minenfeld umlaufen. Und haben wir es geschafft, dann werden wir einsaufen. Mach mal die Tür zu, Oschi. Mach mal die Tür zu, Oschi. Mach mal die Tür zu, Oschi. Hm. Hm. Was denn? Ich hab überlegt, welche ich mitnehme. Welche was? Ähm, welche... Wird besser, was wir haben. Ich mach jetzt keine Sonderausrüstung dafür. Ich geh jetzt hin, machen sie alle kalt. Ey, was soll das denn? Keine Ahnung. Ich hab mir selber was gedacht. Ich hab nicht vorher allein draufgekommen, entschuldigung. Hier ist noch Essen für dich hier oben drin, ne? Boah, Alter. Weißt du was? Ich bin mal so nett und bringe es dir mit, ne? Das erwarte ich auch. Wo sind wir denn hier? Weil der Knochen so munter hat. Da ist noch Ei und Speck dabei. Warte mal. Warte mal. Wo bist du? Hier. Ich weiß gar nicht, wo du das hinläufst. So warte mal. Ich lebe mal ganz kurz Kartecheck machen. Ich will auch schnell die Kette gehen. Ich frage ganz zu schwitzen. Ja, pass auf auf die Dinge. Das müssen sie oben sein. Das ist auf die Mine aufpassen. Ja, ich weiß, wo die sind. Ich bin ja nicht so orientierungslos wie du. Ja, da. Und da. Danke, 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 danke. Und los geht's. Kann man das Wasser springen? Oh, schön abkühlen. Was sagen? Ich bin ja quasi rüber gesprungen. Wo ist der Adopt? Das ist doch nicht zufällig in der Richtung, ne? Nö. Ja, der Adopt hol ich nachher aber nochmal. Nö. Verbittigt hier. Der soll sich so mächtig werden. Mächtiger Skywalker. Oh, komm. Warum ist das Wetter bei dir so schlecht und bei mir so wunderschön? Nein, das ist nicht. Meils, das schaffen wir innerhalb von einem Tag die ganze Dings wegzuräumen? Nö. Meine damalte Steinpfeile hin, jetzt haben wir ja Stahlpfeile, ne? Wir schaffen das vor allem. Jetzt ist jetzt ein Tag ja auch erst Tag 61. Also jetzt kommt gleich Nacht... Es waren viele Zombies, ne? Es kommt gleich Nacht 61, dann kommt noch Tag 62, Nacht 62, Tag 63, dann ist erst Blutnacht. Alter. Also wir haben auf jeden Fall noch Zeit. Guck mal wie das bei mir aussieht, wo du mich gerade gesehen hast. Ja. Und wie es bei dir aussieht, ey. Ich finde es bei mir angenehmer. Ja, das wäre schon cool, wenn es da... Weil das, das glaube ich, meine ich mich daran zu erinnern, das sind ja quasi Baumförder. Da hat man doch oft irgendwie Baumförder-Teile und hier Baubohrer und Maschinen hier für Kettensäge und so. Wie hart. Soll ich abbauen, oder wird's abbauen? Ja, ganz abbauen. Ich baue Kohlen ab. Warum habe ich eigentlich meine Schlitzhacke nicht hier auf nur meinem Blütene? Wie wird immer heißer, ne? Ja. Musst du vielleicht mal ausziehen, müsste vielleicht... Ja, toll, wir sind noch gleich in der Kette gegen, was soll der Scheiß? Und, ähm, wenn wir sehen und, äh, ja, wenn wir sehen, hier Baumstämme. Ja. Also, ja, also diese Baumstämme, die holen, die haben auch ganz oft solche Sachen drin gehabt. Ja. Ich weiß ein bisschen, warum, warum. Du bist aus demüst. Ja. Und, das ist eine Läden. Ja, sound. Ja. 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 10 wie sich immer anstrengend so bis dahin gehen gehen ja verschwenden Munition nicht für die wir brauchen die Verhandlung da werden wir schon in der Schneegegend ja du musst direkt einen Baumstamm ich wollte sie mal angucken ja wir haben erst eine Kugelnest ey das ist ja mein Baumstamm ja das ist leer kann also gerne leider bleiben wir müssen auf jeden Fall immer reingucken auch da sind auch oft manche solche Sachen drinnen du hast die Orientierung ne? Hast du dich ins Bühnefeld rennen? ja der Drehdor ja warum ist das bei dir so dunkel als wäre es nachts? ja ich hab kein Licht an ja weil so sieht es bei mir dann aus ja 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 na das geht du musst das Ganze der Nähe sein jetzt warte mal das kann ich mitnehmen da ist das Teil glaube ich besser ja das könnte ich alles komplett verwerten Da hinten sind sie. Ja, ich komm. Komm, komm her. Komm. Komm her. Ja, vielleicht haben wir hier immer Glück. Wir sollten auf jeden Fall den Augenschein nehmen. Ja, wir müssen immer schön um uns herum gucken, ne? Ich schrei das absolut. Aber jetzt gibt es jede Menge davon. Ja, die müssen wir alle Platten noch uns die Häuser angucken. Ja, das ist Klamotten. Da hinten an der Seite war noch einfach einer. Ja, den hast du super getroffen. Danke. Das letzte Glas Honig hattest du alleine leer gesoffen. Sei vorsichtig jetzt. Ja. Du musst die Baumstammel, wie gesagt, musst du mitgucken, weil da auch manchmal Bauteile drinnen sind. Ja, aber hier sind jede Menge von diesen Zombies jetzt. Und die sind stark. Das ist eine Horde quasi. Mehr als eine Horde. Ich schätze mal, wo wir dann doch vorbeigelaufen sind. Das letzte Mal so 20. Sind wir in Antonee gegenseitig? Ja, da sind wir irgendwo hier bei Sachen. Ich weiß, das kommt so woanders als ich. Bleib mal in Bewegung, durch das nicht da irgendwie ein Kesseln. Ja, ja. Ich sehe, dass da zwei Stück auch noch so nebenbei längst was stehen irgendwo in die Straße. Bei mir kommt drei, also ich hab hier schon mal drei, gerade. Das ist halt das gefährlichste, das theoretisch auch mal von der Seite kommen und ich krieg auch dann nicht mit. Ja, und dann kriegst du voll eine Gelatsch von denen. Da, da kommt schon ein paar Seiten bei mir, ja. Oh, 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 oder? Warte, warte. Oh, ja, witzig. Das heißt mal, ich schmerzt die Straßenstücke laufen hier. Hier kommt noch eine Neur quantidade. Eigentlich sag ich, das sind um neligh 20. Und dann kommt noch welche raus. Boah, das ist hinten links von der Seite. Meine Fresse, fall dir auch mal um. Ist das Wärwölf oder was? Die machen immer wieder neu auf. Ja, die schlucken ordentlich. Ja, ich dachte bloß, ich hätte schon längst mal welche erledigt. Aber wir stehen alle wieder auf und decken diesen Tod. Oh, geil, herr war ein bisschen länger geplatzt. Alter Vater, das war der erste Anfang. Wir müssen hier schön zusammenbleiben, wenn wir irgendwo reingehen wollen. Wir wissen ja nicht, was uns da wartet. Ja, warte. Der hatte leider nichts. Der hatte, was ist das? Nagelpistolen, Schriftstück, äh, Dings, Dings. Was ist ein Dings, Dings, Dings? Nagelpistolen, Griffstück. Falken, mitnehmen. Falken, mitnehmen. Ja. Das könnte interessant sein hier. Guck mal, ob wir hier hoch in die kleine Hütte. Ja, können wir machen. Ich wollte bloß nochmal ganz kurz... ...sieht gut aus. Geh doch mal weiter, bitte. Ähm, schraub einfach alles, was du kannst. Mit, ähm, also wenn du hier zum Beispiel Waschbecken hast, ne? Ja. Und du es abbauen willst, dann mach das mit dem Schlüssel. Das geht mir ein. Wie schön die Ohren aufhalten, ne? Ja. Wenn du den Zählter abbaust, dann komm ich mal zu dir, ich verspüße. Ganz selbst, das ist für. ich kann dich nicht vor diesen dingern beschützen ich hab das nicht verstanden wissen du, wo ist denn das? oben! kann man nix machen, wenn du den weg nicht hoch fährst, kann ich nix beim machen ja, sorry, wo ist denn der weg? der weg ist nach oben ja, wo treppen immer nach oben hingehen, Inka hast du gerade weg nicht von der anderen Seite die treppe kaputt gebaut? das schaffst auch nur du, ne? guck doch mal da rein, guck da rein hä? du hast die treppe kaputt gebaut? ja, kein Wunder, dass du nicht hoch kommst sowas schaffst auch nur du ja, ich bin wegen dem safe, da komm ich zu einem nicht hoch und du bist weit weg von safe, also du solltest nicht beilen die schafft mich immer wieder die schafft mich immer wieder die schafft mich immer wieder was denn? was denn? lass dir ernsthaft darüber? ja oh, ich dachte ich hab grad meine Schrotfläte verwertet, alter wollte grad anfangen zu weinen wenn du jetzt schon mal was gefunden hast für die Nagelpistole ist ja schon mal gut das werd ich ja schon mal werd dir schon mal weiterhelfen 595 Stahlpfeile ok, hier oben bin ich fertig ja, ich hab ja auch noch ne malen Stahlpfeile hast du noch ne malen Pfeile auch bei dir? ja gut, dann gehts weiter hier, was lässt du nochmal aus? ne kleine Hütte, wollen wir hier rein? diese Metallhütte hier? ja scheint ne Garage zu sein, vielleicht näher ja hier 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 ist ne Tatsch ah, dumm ist das wenn du den Honig auch noch aufsäufst, ne? oh ja, dann nehmen sie doch ja, ganz im Ernst, du hast meinen Ratten auf hast ne Bienen abgelootet das, den Honig hast du gesoffen dann hast du grad den Honig aus dem Baum gesoffen und jetzt willst du mir hier auch kein Honig abgeben und das ist... warte mal kurz so hab ich ja auch abgegeben, ist ja mal nicht rum muss ich dich aber dazu überreden hier, das muss ich mir weg tun kurz aber ich finde das schon sehr interessant und das hatten wir noch nicht, oder? und das damals so ne... sicher doch, ey, wo ist noch was? ich hab irgendwas gelesen gerade da da da, ich hab hier eine warte, was iswarte machen Mann, ich werde nicht mehr. Du wirst in Kama. da habe nichts dabei da ist noch ein auto ja ich denke so diese große lage ist natürlich ein bisschen interessanter ja ich komm ja hier ist einer bei mir das ist doch ein Mann er ist ein gigantischer bohrer oder nicht was er wird ein auseinander schrauben ja ich fange schon mal an außerdem kommt so klar mit einer Oh, mein Gott. 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 Oh, mein Gott.